Hallo Leute, die Kathi hilft mir gerade im Förderzentrum, ich muss euch was so geiles zeigen, ich mache das auch super schnell, passt mal auf hier, Mensur Sujovic, der spielt gegen Gervin Price, der verliert das Game, schau mal was der macht, so viel Motivation musst du erstmal haben, das ist vom allerfeinsten. So, Mensur verpasst hier die 161, macht 105 Punkte, Price ist dran, es steht 5 zu 4, wer zuerst 6 hat, gewinnt, Triple 16 ist drin, er braucht Doppel 12, Matchstart, Achtung, uuuh, bitter, und Mensur, da schaut er noch auf seinen Score, das ist so geil, Mensur, du bist der Arme, absoluter Hit, never give up, ich fand es so geil, tschaui Leute.